Es gibt eine Vielzahl von Grills und welcher zu dir passt, finden wir jetzt gemeinsam heraus. Die gängigsten Grills sind tatsächlich Gas- und Holzkohlegrills. Das sind wirklich so die absoluten Klassiker. Der Holzkohlegrill hat natürlich so ein bisschen das Urbane, draußen sein, männliche Feuer machen. Mit dem Gasgrill bin ich am Ende einfach so ein bisschen flexibler. Dann gibt es mittlerweile aber einfach auf dem Grillmarkt unglaublich viel. Gerade für Städtler und sowas eignen sich Elektrogrills wirklich sehr, sehr gut. Mit Elektro darf man tatsächlich im Normalfall immer und überall auf Balkonen und in der Stadt grillen. Haben einfach auch den großen Vorteil, da sie natürlich gerade im Vergleich zu Holzkohle unglaublich geruchsneutral sind. Du hast keine große, keinen großen Qualm, keinen großen Rauch. Mittlerweile gibt es wirklich Elektrogrillen 2.0, nenne ich es immer witzigerweise. Das heißt, die haben dann wirklich einen Deckel, ein eingebautes Bluetooth-Thermometer. Du hast eine Temperaturkontrolle, die du punktgenau, gradgenau einstellen kannst. Ja, ein Keramikei empfehle ich im Prinzip all denjenigen, die so ein bisschen was spezielleres möchten. Das Keramikei speichern die Wärme extrem gut durch die bis zu zwei Zentimeter starke Keramik. Das heißt, mit so einem Grill kann ich im Prinzip einfach auch Longjobs machen, ganz viel räuchern, weil man ihn schon wirklich eher als Smoker oder als Longjob-Grill sieht. Und genau solchen Leuten würde ich es tatsächlich auch empfehlen, die einfach so ein bisschen on top grillen möchten. In einem Keramikei haben wir unter anderem ein ganz, ganz tolles Tool. Das nennt sich Reflektor oder auch Deflektorplatte. Die sorgt im Prinzip schlicht und ergreifend dafür, dass wir indirekt grillen können. Das heißt, die Hitze, also die Kohle ist unten drunter, die Platte drüber. So zieht die Hitze im Prinzip seitlich an dieser Platte vorbei. Und wir haben eben eine konstante Wärme und eben dieses Indirekte. Das, was wir beim Smoken im Prinzip tatsächlich wollen, dass die Hitze nicht direkt am Grillgut ist, sondern einfach ums Grillgut drum herum zirkuliert. Jetzt zeige ich dir den Jamestown Oberhitzegrill. Hierbei handelt es sich um einen Keramikbrenner, der oben im Grill sitzt. Der Grill kommt bis auf 800 Grad. Der Sound ist wirklich der Wahnsinn. Das ist knackt und knuschbar da drin. Das ist unglaublich. So, ready? Jetzt kommt für mich persönlich immer der schönste Moment. Wir schneiden unser Steak jetzt an. Da vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt. Wir hatten jetzt keine fünf Minuten vom Angrillen bis zum fertigen Steak. Sehr, sehr geniales Teil auf jeden Fall. So viel sei jetzt schon mal gesagt. Ja, ich würde sagen, geglückt. Dann bleibt im Prinzip nicht mehr wie das Steak in Tranchen zu schneiden. Bisschen Salz und Pfeffer dran. Und dann kann ich nur nochmal sagen, alles machbar mit Obi. Bisschenzil